Elia war ein Mensch wie du und ich. Er kannte auf der einen Seite eine lebendige Gottesbeziehung, auf der anderen Seite kannte er Stärken und Schwächen, Höhen und Tiefen, Erfolge und Rückschläge. Wir wollen anhand seines Lebens uns anschauen, was es bedeuten kann, in diesem neuen Jahr 2013 Herausforderungen anzugehen, neue Dimensionen unserer Gottesbeziehung erleben zu können und einen dynamischen Lebensstil einzutauchen, den Jesus für dich und für mich vorbereitet hat. Ich freue mich sehr auf diese neue Serie im ICF München.